Wenn alles zusammenkommt, S&P, FED und die Verfallswoche. Der Markt entsprechend reagiert darauf und ist ein bisschen hin und her gerissen. Wie man sieht, immer noch mit Windeleien, also alles ist immer noch in Ordnung. Falls es sich interessiert, lasst uns mal gemeinsam schauen. Es ist ein Phänomen. Darüber habe ich oft in Videos gesprochen, sehr oft gesprochen. Wenn viel im Markt los ist, sollte Anfänger sich zurückhalten. Wenn ein Plan hat, gerne anwenden. Wenn kein Plan hat, sollte sich zurückhalten, weil der Markt faked einfach sehr viel. In diesem Moment kann Spikes geben, kann Übertreibung geben und so weiter und so fort. Also der Anfänger ist phänomenalerweise an solchen Tagen mehr unterwegs, als diejenigen, die Erfahrung haben. Ich kenne viele, viele Leute, die momentan wirklich gute Erfolge feiern können. Und die halten sich an diese Woche zurück. Also die sagen, ein, zwei Positionen, gucke ich, wo das wirklich Kanonen donnern. Und dann alles andere lasse ich die Finger davon. So, die anderen machen natürlich Strategien. Dann kann man wirklich von dem Stuhl fallen. Also entsprechend wird der Erfolg sein. Ich wollte es ja nur noch einmal betont haben, habe ich am Sonntag wirklich ganz klar gesagt, Anfänger, halte dich zurück. So, was haben wir gehabt? Wir haben in der letzten Marktupdate, also am Sonntag habe ich gesagt, ich habe eine Long Position noch, habe meine Short Position bis zum Freitag bis zum Schlusskurs reduziert. Ich werde am Montagmorgen schauen, ob hier in diesem Bereich nochmal einen Long gibt, dass ich meine Long Position erhöhe und diese Position komplett schließe oder wenn nicht, eben laufen zu lassen. Wir haben am Montag eine Long Position gehabt oder eine Long Bewegung gehabt bis maximal, wie ich gesagt habe, darüber würde ich achtsam. Sehr achtsam muss ich mir den Markt dann anschauen, was er macht, nicht, dass er Impuls bildet und wir gehen einfach gegen einen Impuls rein. Daher haben wir hier gesehen, 6.9. haben wir besprochen, hier ist ganz wichtig und ihr seht, präziser geht nicht. An diesen Linien, der Markt hält sich ja wunderbar. Das heißt, wenn man hier mitgemacht hat, wie im letzten Video besprochen, also könnte man natürlich dann seine Position absichern. Das ist auch nichts passiert, wenn man nicht longen wollte oder wenn man longen will, dann in diesen Bereich reingehen. Ich habe ja gesagt, hier ist der Stopp, wir sehen ja, das ist der ehemalige Mussziele, die wir hatten und deswegen ist ja Ellipse da drin. Das heißt, da wird der Markt dann interessant werden. Das ist so ein Mauerchen, habe ich in dem letzten Video gesagt und diese Mauerchen ist ziemlich wichtig, falls ihr dann Position absichern. In den Storys habe ich auch gesagt. So, wir haben dann im Anschluss gestern vor dem S&B ist immer wichtig, einfach dann abwarten, falls du eine Long Position gemacht hast. Wunderbar, falls nicht, dann einfach mal zurückbleiben. Ich habe gestern Abend sehr spät in meiner Story nochmal euch den Hinweis gegeben, lass euch von dem Markt jetzt nicht beeinflussen. Es ist immer noch hier der Achtung-Bereich. Diese Linie haben wir in den letzten paar Videos immer wieder besprochen, weil das hier seit Tagen sind wir in diesem Bereich, also unter dem Trend-Bereich und diese Linien sind für mich wichtig. Habe ich gesagt, von mehr Dauern brauchen wir tatsächlich dann da drunter fallen. Heute, Antizügler, 13.050er Bereich. Antizügler, falls du natürlich geübt bist und weißt, eigentlich eine Checkliste hast, damit dir da oben den Short-Signal wunderbar gegeben hat. Erstens, falls nicht, eine Pro-Zügler ist genau unter die 12.935 wiedergegeben. Das ist für diejenigen, die ein bisschen mehr Sicherheit haben wollen in Intraday-Basis. Das ist der Pro-Zügler. Du siehst, der Markt geht da drunter, kommt da dran, schafft er nicht da drauf, dann ist das wirklich minimale Risiko und kannst du dann in Anschluss laufen zu lassen. So, dann kam natürlich die S&B-Entscheidung und das ist ja jetzt gerade frisch, was auch immer die Herrschaften gesagt haben, interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Was mich interessiert ist, Punkt, Doppelpunkt. Unterhalb des jetzigen Tagestiefs bis 12.714 ist für uns immer noch der Platz, der Markt in Ordnung ist. Das heißt, es war eine Korrektur wieder davor, ist alles gut. Wenn für einen weiteren Long Richtung 13.050, 13.150 und so weiter, wenn er möchte, sich nach oben bewegen, wenn, dann sollte hier bremsen heute. Wird schwierig für Fallswoche, wie gesagt, S&B und Fett und so weiter und so fort. Mal schauen, was die Herrschaften bringen. Wenn nicht, da drunter wird langsam, ich habe im letzten Video gesagt, dann wird Schleusen aufgemacht. Deswegen der Mauerchen, also soll er nicht im Bereich 12.600 kommen, denn die Gefahr nach unten wird da drunter größer. Von jetzigen Tagestief, wo ist das? Ich werde euch jetzt gerade eine Linie ziehen, dass ihr seht. Von unserem jetzigen Tagestief bis 12.700, da ist wirklich für mich jetzt echt langsam ganz großes Problem. Da drunter würden wir die Schleusen aufmachen. Da drüber haben wir die Chancen, wenn wir vor allem uns oberhalb von 12.935 dann stabilisieren können. Das ist keine Stabilisierung. Eine gezicke, gezacke, da drüber ist nichts. Deswegen habe ich gestern Abend geschrieben, hey, das ist noch Achtungsbereich. Weil ich muss den Markt in diesem Moment anschauen. Er hat zwar einen Plan im Vorfeld, aber da schaue ich mir ganz genau an, ob der Markt wirklich die Wahrscheinlichkeit für einen mehr abgibt. Ansonsten ist wirklich Achtungsbereich. Nach unten, meine Lieben, unterhalb von denen brauchen wir, also diesen kleinen Mauerchen müssen wir ja wirklich nach unten verlassen. Das ist, sowas ist eine super, super Anzeichen. Bitte bleibt, anstatt, ich habe es die Woche gehört, in den großen Chart zu gucken und so weiter. Bitte bleibt in Details, bitte bleibt in der rechten Seite im Markt, gerade im jetzigen Rambazamba Markt. Bitte bleibt alle auf der rechten Seite im Stundenchart. Nach meiner Erfahrung, ihr wird in solchen Phasen, wie gesagt, ich behaupte mal, der einzige, der präzise Seitwärtsphase wirklich Top-Signale machen kann, ist mein System. Und die anderen verbrennen das Geld. Wir haben eine Seitwärtsphase, wie man sieht. Was wollt ihr in den Stundenchart oder Tageschart? Das seht ihr gar nichts mehr. Das wird ein ganz großes Problem sein. Nach unten wird die Gefahr auf, nochmal, 12.6, 12.5, 30 erhöhen. Und darüber hinaus werden wir, wie ich in der letzten Video gesagt habe, 12.4, 12.3, 30 auch noch angreifen. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass ihr bitte in diesem Bereich, in diesen Tagen, besonders heute und morgen, einfach beobachtet. Gehen wir auf Nasdaq ein. Denn unsere lieben Nasdaq hat ja sich dann schlussendlich an diesem Tag, falls ihr euch erinnert, habe ich gesagt, in dem letzten Video eine Falls Break bis zum Bereich 11.900 könnten wir sehen, wenn Falls Break sein soll. Also wenn der Markt einfach runter geht von 12.220, die wir vorbörslich dann wunderbar gehabt haben. Man sieht hier in meinem NQ-Chart jetzt nicht, aber wir haben auf die 12.220 dann nach unten gedreht und hier in diesem Bereich bis zum Bereich 11.900 gegangen. Seitdem haben wir, man sieht es ja, einen ersten Impuls. Meine lieben Absolventen verstehen, was ich meine. Darüber einen Impuls gegeben und dann darauf sich stabilisiert. Eine super Einladung für einen guten, mit wenig, wenig, wirklich Risiko für Long. Und wir haben wieder diesen Bereich. Wir haben in den letzten Videos auch besprochen, meine Lieben, ganz wichtig, darüber die beiden Bereiche ist für mich nach wie vor ganz, ganz, ganz wichtig. Da drüber wird, also kann der Markt nach oben Impuls bilden, 12.5, 12.6 und schon sind wir wieder im Entscheidungsbereich. Also hier ist Abfischung, das sind die Entscheidungen, haben wir schon mal gehabt, wie ihr seht. Und wir sehen, dass es hier langsam auch jetzt rambazamba wird. Im Nasdaq, beachte bitte unterhalb von 12.220, die wir jetzt gerade auch haben, ist immer Achtung angesagt. Unterhalb dieser beiden ist wirklich ganz klar Achtung angesagt. Wo könnte Nasdaq gehen? Meiner Meinung nach, meines System nach, nach wie vor 12.030, 12.000 und jetzt wird es echt in diesem Bereich gefährlich. Und wie ich in dem letzten Video gesagt habe, Nasdaq durch den Feiertag, dann kommt erst Ratzbatz 11.800, 11.700 und gegebenenfalls 11.400 als Mindestziele. So, gut, soweit, so gut, wenn ihr so wie ich, den Daxi macht das ja gerade, das sieht man ja, kann er nicht da drunter drüber gehen, es ist alles da drunter gefährlich. Also, wir haben in den letzten Videos, wie gesagt, besprochen, die große Short müssen wir abgehedged haben. Ich bin immer noch in meiner Hedgeposition drin, aber heute Morgen habe ich Vollgas gegeben im Dax, zumindest mal, weil für mich in diesem Bereich eine super saubere Entscheidung gab. Für mich ist meine Position erst einmal verwaltet und meinen Stopp behalte ich erst einmal da drüber und bleibe immer wieder in diesem Bereich achtsam. Bleibt ihr zumindest mal, ihr seht ja, dass der Kurs da drunter ist, es gibt nicht einfach mal long. Ja, der Kurs kommt von oben, dann ist nicht long, wenn der da drauf abprallt. Ich hoffe, es wird für euch, wie gesagt, meine lieben Anfänger, wenn, dann wartet auf eine Chance. Glaubt mir, dieser Markt ist mehr als chancenreich. So, für die Professionellen sollten sie wirklich auf ihre Signale warten, tun sie ja sowieso, weil sie ja genügend Erfahrung haben. Man sieht ja, was da jetzt gerade der Markt macht. Achtung, Achtung. Ich wünsche euch einen schönen Tag und viel, viel Erfolg. Bis dann. Bis dann.